Ich hab die Faxen dicke und will jetzt zum FC Bayern gehen? Äh, was? Na klar, Cristiano, geh nicht vollkommen verstehen. Aber ich hab doch noch gar nicht... Die Zeit gehabt, dir eine Wohnung in Bayern zu suchen? Keine Sorge, Cristiano, wir haben vorsichtshalber schon mal ganz München für dich gekauft. Also ehrlich, Bayern, ihr seid doch nicht mehr ganz sauber. Und hier auch noch ne schicke Lederhose. Ne, das zieh ich nicht an. Doch, das tust du. Nein, für kein Geld dieser Welt. Doch, Cristiano, hier hast du 20 Millionen Euro. So, überzeugt Bayern! Na ach so, wir sind mir, Cristiano. Oh ja, und am Oktoberfest, da bretter ich mich richtig weg.